Das ist der saumäßig Idiot. Und unter den neuen Fahrzeugen gewinnt eindeutig das Audi RS5 Coupé das Rennen, bessere Werte in Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit und Handling. Wir nehmen unsere Club-Lackierung von McRalph Racing und legen los. Willkommen in der Wüste und wir starten das erste Rennen im neuen Schwierigkeitsgrad. Das Fahrzeug steuert sich schon mal ganz anders. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Fahrzeugen, die wir eben noch in der Rookie-Tour gefahren sind. Sowohl die Geschwindigkeit als auch das Handling auf der Strecke, also das Fahrzeug liegt fast wie ein Brett auf der Straße. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oh, macht auch gleich. Viel mehr Laune. Trotzdem wenden wir uns wieder zu unserer Motorhauben-Ansicht und schaffen es trotzdem, das Fahrzeug nicht fehlerfrei auf der Strecke zu halten. Aber der Sound ist besser, das Fahrgefühl ist besser, die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall höher. Wie gesagt, die A-Klasse hätten wir auch schon während des Rookie-Cups treffen können. Ansonsten, ja, also erst ein paar Sekunden im ersten Rennen gefahren, aber es macht schon spürbar mehr Bock. Also siehste mal, wird Zeit, dass wir jetzt langsam zu den schnelleren Fahrzeugen kommen. Da scheint sich dann auch der Spielsport, der uns verändert, zu erhöhen. Eine relativ kurze und enge Strecke, viele enge Kurven und trotzdem bin ich positiv überrascht, dass ich das Fahrzeug noch ganz gut auf der Strecke halten kann. Und es hagelt regelrecht Minuspunkte für jeden Rändler, den ich mache. Ja, und zu was? Zu Recht. In dem Fall wirklich zu Recht, weil wenn man andere Fahrzeuge rannt. Ja, und das ist das Allergeilste. Ich sag's neben einem Moment noch, will das Strafsystem loben, indem ich sage, jawohl, das ist in Ordnung, wenn Kollisionen bestraft werden. Aber ich habe gebremst, der Hintermann ist mir draufgefahren und obwohl er mir hinten draufgefahren ist, habe ich Minuspunkte erhalten. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Aber nun gut, wie sagt man einer KI, wer schuld ist? Der menschliche oder der Computergegner? Das ist tatsächlich schwierig. In dem Fall habe ich ganz klar ihn von hinten gecrashed, somit die Minuspunkte auch verdient. Und wir sind in der dritten von drei Runden und ich habe mich auf Platz 1 gekämpft und versuche mich jetzt natürlich da vorne auch zu halten. Durch die ganze Laberei habe ich nämlich ein bisschen die Konzentration zum Rennen verloren. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir das Rennen mit Erfolg abschließen können. Aber wir haben erst die erste Hälfte der dritten Runde abgeschlossen, somit jetzt schön konzentrieren und das Fahrzeug auf der Strecke halten. Der Gummiband-Effekt hält zwar die anderen Fahrzeuge immer nah an unseren Hintern, aber wenn wir einigermaßen sauber durchfahren, insbesondere in den Kurven, sind wir einfach deutlich schneller als die KI-Gegner, kann man das Kind nach Hause schaukeln. Aber ich hatte es in einem der letzten Videos schon mal gesagt. Hier, hier, wenn so ein Mist passiert, einmal in die Pampa gefahren, kurze Geschwindigkeitsstrafe und schon ziehen die Gegner unter Umständen an einem vorbei. Das habe ich jetzt gerade nochmal retten können und kurz vor der Ziellinie kann sich das Thema mit dem sicheren Sieg dann auch schon wieder erledigt haben. In dem Fall ist es uns geglückt. Nummer 1 von 2 abgeschlossen, auf ins zweite Rennen. Diese Landschaftsüberflüge dienen im Endeffekt nichts anderes als das Rennen zu laden, also ein hübscher Ladebildschirm. Aber ich finde eine sehr gute Alternative zu irgendwelchen statischen Ladebildschirmen, in denen man nur ein Bild sieht oder im allerstimmsten Fall nur irgendein Lade-Icon. Somit kann man die Zeit ein wenig überbrücken. Aber wie wir sehen, Veranstaltung starten steht links unten, ist das Ganze auch schon geladen. Geht auch relativ schnell, muss ich sagen. Also ich habe in dem Spiel bisher noch keine unangenehmen, langen Ladezeiten erlebt. Also ein ganz klarer Positivpunkt. Wie gesagt, in der Kurve sind die KI-Gegner immer deutlich langsamer als auf der Gerade. Das ist ja so ein typisches Rennspielphänomen. Und an was ich mich ruhig ein bisschen gewöhnen sollte, weil ich ja demnächst auch dann in den Online-Multiplayer einsteigen will. Obwohl, wenn ich dieses Video hier abgeloadet habe, habe ich vielleicht auch schon die ein oder andere Online-Station online gestellt. Das kommt eben auch an, wie stabil die Server laufen. Sollte ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, mal sauber und ohne Crash an den Gegner vorbeizukommen. Das wird einem dann sicherlich auch im Rennen gegen Menschen die Gegner helfen. Die KI in DriveClub ist relativ aggressiv unterwegs. Das habt ihr wissen, dass wir im bisherigen Rennen auch schon sehen können. Die schenken einem wirklich nichts. Und schubsen einen auch gnadenlos von der Strecke. Ob das gefällt oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Ich finde es ganz gut, wenn eine KI nicht zu weich gespült ist und vor Angst ausweicht und einem quasi jedes Überholmanöver ermöglicht. Auf der anderen Seite kann es auch echt nerven, weil die Jungs extrem reingehen und man natürlich als menschlicher Fahrer jedes Mal dafür die Kollisionsstrafe einstecken muss. Obwohl man vielleicht gar nicht an Schuld war. Schade. Da habe ich es knapp verpasst. Sowohl den ersten Platz als auch die Höchstgeschwindigkeit von 241 Stundenkilometern leider nicht geschafft. Aber gut, dann muss ich da halt bei Gelegenheit nochmal ran. Wie man sieht, regnet es jetzt auch deutlich mehr Ruhmpunkte. Umso höhere Schwierigkeitsgrade man fährt, umso mehr Punkte regnet es. Insgesamt jetzt über 90.000 für die beiden Rennen. Ist doch schon mal ein netter Wert. Fahrerstufe 11 haben wir erreicht. Und weiter geht's. Und mal was richtig Schickes. Den Audi R8 V10 Coupé Plus. Den nehmen wir doch gerne. Und noch ein Geschenk. Den Lotus Evora S Sports Racer. Sehr schön. Jetzt werden die Fahrzeuge immer interessanter. Ich freue mich drauf. Wir fahren Renn Nummer 3 in der Amateur-Tour. Und zwar die Scotland Open. Drei goldene Sterne gibt es zu gewinnen. Erreiche eine Platzierung in den Top 3. Erreiche eine Rundenzeit von 1,41 oder weniger. Und schließe eine fehlerfreie Runde ab. Okay, eine fehlerfreie Runde bedeutet wohl ohne jeglichen Crash. Ja. Die Chance ist wohl gleich null. Schön wäre auch, wenn man zwei Fahrzeuge direkt miteinander vergleichen könnte. Um jetzt zwei Fahrzeuge zu vergleichen, die nebeneinander sind, ist kein Thema. Dann schalte ich einfach hin und her und sehe rechts die Balken sich nach oben und unten verändern. Wenn ich aber nur ein Fahrzeug vergleichen will, was weiter vorne ist, muss ich immer ein bisschen springen. Und dadurch, dass es keine konkreten Zahlen oder Balken gibt, kann man eigentlich nur ein bisschen nach Gefühl vorgehen. Das ist eigentlich schade. Aber wisst ihr was? Egal. Wir probieren mal ein neues Auto. So groß sind die Unterschiede nicht. Wir können ja auch mal eine andere Kameraperspektive der Abwechslung auswählen. Das Motorengeräusch ist in der Innenansicht, muss man sagen, ziemlich gedämpft. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass das Motorengeräusch, was für einen Sportwagen war ja wichtig ist, im originalen Lotus tatsächlich innen drin sich so dumpf anhört. In der Lenkradansicht natürlich genau dasselbe. Ah, da habe ich fast die roten Fahnen übersehen. Und, das war mal ein schöner Grafikfehler. Die Pflanzen sind eben durch mein Cockpit hindurch geflogen. Und da sieht man eine Gummiabandeffekt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr mal in den Rückspiegel reingeschaut, wie schnell die Gegner jetzt an mich rangekommen und an mir vorbeigezogen sind? Das war echt der Knaller. Und, obwohl der Gegner mich leicht gerammt hat, Sackgesicht, hatte ich eben noch die Chance tatsächlich auf den goldenen Stern für eine fehlerfreie Runde. Der war noch nicht rot hinterlegt. Jetzt seht ihr links in der Ecke, oder links am Rand, fehlerfreie Runde ist rot hinterlegt und somit für diese Runde nicht mehr erreichbar. Und das ist genau, was ich meine. Also mit diesen aggressiven KI-Gegnern ist eine fehlerfreie Runde ja fast gar nicht zu erreichen. Und selbst wenn ich ein Top-Auto habe und vorne wegfahre und der Gummiabandeffekt hält die KI-Gegner immer so nah an mir dran. Also das ist wirklich, ich würde mal behaupten, eine der schwierigsten Herausforderungen im Spiel, eine fehlerfreie Runde zu fahren. Bei der Gelegenheit muss ich mir immer abgewöhnen, den Controller so fest zu bekrallen. Mir tun schon schon die Hände weh. Aber man sieht, Anspannung pur. Es geht um alles. Und vor allem um die fehlerfreie Runde. Die mir der Audi TT hinter mir sicherlich mit Freude versauen wird. Im Moment läuft es ganz gut. Ich merke, ich gewöhne mich langsam ans Spiel. Aber man soll ja den Teufel nicht herbeibeschwören. Oder so ähnlich. Die Runde ist noch lange nicht fertig. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und bei Lotus merke ich halt, dass der saumäßig Idiot, I-I-I-O-T, saumäßig schnell in der Kurve ausbricht und von der Straße schlittert. Und damit habe ich mir meine fehlerfreie Runde versaut. Aber gut. Nun gut. Ein andern Mal. Trotzdem. Der erste Platz ist sicher. Juhu. Leider nur einer von drei möglichen goldenen Sternen. Ja, hier gibt es anscheinend noch einiges zu tun. Inwiefern mich das Spiel dann tatsächlich motivieren will, die ganzen goldenen Sterne zu erfahren. Das wird abzuwarten sein. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es weitergeht mit den neuen Fahrzeugen, weiteren Schwierigkeitsgraden und so weiter. Und wie lange der Offline-Singleplayer-Modus dann auch tatsächlich motivieren kann.